Ja, ich würde sagen, es ist wieder Zeit für einen Blu-ray-Vergleich. Einen Vergleich zwischen der klassischen Full-HD-Blu-ray in SDR mit der modernen Ultra-HD-Blu-ray in HDR bzw. Dolby Vision. Und unter dem letzten Blu-ray-Vergleichsvideo aus dem Dezember 2023, ja, ich weiß, das letzte Video schon einiges an Zeit her, habt ihr euch gewünscht, dass ich als nächstes Herr der Ringe dran nehme. Und da habe ich mir gedacht, das werden wir jetzt auf jeden Fall im nächsten Video, also jetzt in diesem Video hier, vollziehen. Ich habe mir dafür extra Herr der Ringe auf Ultra-HD-Blu-ray bestellt, da ich die Filme tatsächlich noch nicht in meiner Sammlung hatte, in dem neuen Ultra-HD-Format. Und daher habe ich mir gedacht, okay, das ist der perfekte Anlass, jetzt mal diese Filme mir auch selber in die Sammlung zu stellen. Und für dieses Video habe ich hier jetzt wieder die klassische Full-HD-Variante in SDR mit der modernen Ultra-HD-Variante verglichen mit HDR-Fotografien, um jetzt hier in diesem Video die großen Unterschiede der Dolby Vision-Technik oder HDR-Technik zu visualisieren. Denn wir werden jetzt hier in diesem Video vor allem den Vergleich zwischen SDR und Dolby Vision durchführen, um auch ein bisschen zu suggerieren, wo die großen Vorteile der Dolby Vision-Technik bzw. der HDR-Technik ist und wo da das Upgrade liegt. In diesem Video möchte ich auf jeden Fall auch klären aus der Perspektive, ob sich ein Upgrade von der SDR-Variante auf die Dolby Vision-Variante lohnen könnte. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, bevor wir jetzt mit dem großen Vergleich von Herr der Ringe anfangen, möchte ich aber etwas loswerden. Und zwar mehr oder weniger an eigener Sache bzw. bezüglich dieses Video-Formates hier. Okay, um was handelt es sich? Normalerweise wäre es ja jetzt so, dass ich euch sage, ihr könnt jetzt wieder unterhalb dieses Videos in einem angepinnten Kommentar abstimmen, welchen Film wir als nächstes dran nehmen bzw. einen Film einreichen und welcher die meisten Likes bekommt, wird dann als nächstes hier auf dem Kanal in diesem Video-Format präsentiert. Das wird jetzt dieses Mal und nächstes Mal ganz ausnahmsweise nicht möglich sein. Warum? Und zwar habe ich für das nächste und übernächste Mal schon Filme reserviert, die mich persönlich unfassbar interessieren, die ich hier in diesem Video-Format definitiv behandeln möchte. Und zwar ist das als erstes und das wird als nächstes drankommen, der Film Titanic von James Cameron. Der Film von 1997, der jetzt auch schon vor einiger Zeit auf Ultra-HD-Blu-ray erschienen ist, ist durchaus spannend zu schauen, wie der sich jetzt im direkten Vergleich ist mit der SDR-Variante und der neuen Dolby Vision-Variante. Den Film habe ich für das nächste Mal reserviert. Und das übernächste Mal, das ist tatsächlich ein Film, der gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und da freue ich mich schon riesig darauf, dass der Film jetzt endlich eine Ultra-HD-Fassung bekommt. Und zwar handelt es sich um den Film Aliens bzw. Aliens 2 oder auch Aliens, die Rückkehr. Auch ein James Cameron-Film aus den 80er Jahren, welcher jetzt wie gesagt auf Ultra-HD-Blu-ray Ende April 2024 erscheint. Und ich denke, das ist auch so ein Film, der jetzt hier auf diesem Kanal, in diesem Video-Format definitiv behandelt werden sollte. Daher habe ich jetzt für das nächste und übernächste Mal ganz ausnahmsweise die Filme dafür reserviert. Aber danach könnt ihr auf jeden Fall wieder unten in den Kommentaren abstimmen, wenn wir das nächste Mal einen Film dran nehmen. Das heißt, zum Film Aliens werden wir dann wieder abstimmen können, sodass wir dann das nächste Mal wieder einen Film aus der Community hier in diesem Video-Format dran nehmen können. Ich denke, das sind aber auch zwei Filme, Titanic und Aliens, die jetzt durchaus ziemlich spannend werden könnten, vor allem aus der Sicht der Technik. Okay, das ist auf jeden Fall dazu. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir jetzt mit Der Herr der Ringe beginnen. Okay, das dazu. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu traurig, was das angeht, aber ich denke, wir haben einen ganz guten Kompromiss und ich finde, Titanic und Aliens sind wirklich phänomenale Filme. Jetzt aber zu Herr der Ringe. Herr der Ringe habe ich für euch jetzt verglichen auf der normalen Full-HD-Blu-ray-Variante mit der modernen Ultra-HD-Blu-ray-Variante. SDR mit Dolby Vision. Als Test-TV kam hier an dieser Stelle der AG-G3E Vo-Ole-TV zum Einsatz in 77 Zoll. Dies gepaart mit meinem Panasonic DPUB-9400 Ultra-HD-Blu-ray-Player. Ein absoluter Referenz-Player, welcher mir hier keinerlei Probleme macht, was die Bildqualität angeht. Okay, Herr der Ringe, Die Gefährten, das ist jetzt der Film, den wir jetzt hier in diesem Video vergleichen werden. Wir werden jetzt nicht die Triologie vergleichen, sondern nur den ersten Teil. Wir können uns die anderen Teile ja später noch anschauen. Ich finde nur, da habe ich ein bisschen mehr Raum für dieses Video, wenn wir uns nur auf einen Film konzentrieren. Wenn wir aber ganz ehrlich sind, die Herr der Ringe-Filme sind natürlich auch ordentliche Kaliber, was die Länge angeht. Und dort Vergleiche durchzuführen, das würde dieses Video extrem auseinanderziehen, wenn ich jetzt alle drei Filme hier vergleichen würde. Dann würden wir wahrscheinlich noch in anderthalb Stunden hier stehen. Daher habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden, dass wir Herr der Ringe, Die Gefährten vergleichen werden. Und wenn wir in der Zukunft vielleicht nochmal eine Abstimmung haben, könnten wir ja dann den zweiten und dritten Teil miteinander vergleichen. Okay, Herr der Ringe, Die Gefährten liegt auf Ultra-HD-Blu-ray jetzt hier natürlich im Ultra-HD vor. Und das Ganze in Dolby Vision. Das ist natürlich schon mal etwas, was sehr löblich ist. Ein Dolby Vision Master gibt natürlich schon mal so ein gewisses Maß an Grundhaltung, wie ich da persönlich auch reingehe, was die Technik angeht und was ich von dem Film auch dann so generell erwarte. Und da habe ich jetzt als erstes mir erstmal angeschaut, wie ist denn die Lichtleistung des Films. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir uns jetzt hier HDR-Materialien anschauen, wie hell wird der Film denn in den Spitzen. Und da hat mein Panasonic-Player hier herausgespuckt, dass der Film ungefähr zwischen 600 bis 700 Nits hell werden kann in den absoluten Lichtspitzen und im Schnitt ungefähr 200 Nits hell wird. Das kann sich auf jeden Fall erstmal so gesehen sehen lassen. Das sind keine schlechten Werte und die konnte ich auch dementsprechend mit Messtechnik validieren. Ungefähr 700 Nits Lichtleistung für die einzelnen Lichtspots. Das heißt, die gut 200 Nits, das ist so der Durchschnitt, der der Film ja grundsätzlich durchaus sehr viele dunkle Elemente hat, ist die durchschnittliche Lichtleistung natürlich etwas geringer oder ziemlich gering, teilweise auf SDR-Niveau. Aber die einzelnen Lichtspots und die hellen Szenen sind dementsprechend bis zu 700 Nits hell und das kann durchaus schon ziemlich spannend aussehen. Das, was ich auf meinem AG G3 so gesehen habe, sah auf jeden Fall so, was die Lichtleistung angeht, schon ziemlich lecker aus. Aber jetzt wird es natürlich spannend, wenn wir dann natürlich schauen, wie sieht das jetzt im direkten Vergleich zwischen der SDR Full HD Blu-ray Variante mit der neuen Dolby Vision Blu-ray Variante aus. Und das werden wir jetzt miteinander vergleichen und da würde ich sagen, legen wir los. Ich habe diese Vergleiche natürlich jetzt genauso wie die anderen vergleiche ich auf meinem Kanal mit der HDR-Fotografie verglichen. Das heißt, ich habe von der SDR-Variante als auch von der HDR-Variante Fotos in HDR von meinem Fernseher abfotografiert, um die Lichtunterschiede zwischen SDR und HDR jetzt hier in diesem Video zu visualisieren in einem SDR-Video. Ich entscheide mich hier absichtlich für ein SDR-Video, sodass ich eine Massenkompatibilität bekomme, um die Lichtunterschiede wirklich authentisch darstellen zu können. Denn jeder Monitor verhält sich hier anders, jeder Monitor hat eine andere Lichtleistung. Da kann es natürlich sein, wenn ich dieses Video jetzt hier in HDR produzieren würde, dass ihr das gar nicht so richtig sehen könnt, da die technischen Gegebenheiten bei euch vielleicht nicht auf dem Level sind oder auch so eingestellt sind, wie ich es persönlich jetzt bei mir hier habe mit Referenz-Displays und so weiter. Das ist auf jeden Fall an dieser Stelle ganz wichtig zu wissen. Das sind HDR-Fotos, um das jetzt hier miteinander vergleichen zu können. Und was ihr auf jeden Fall wissen solltet, ist, dass ich jetzt hier in diesem Video als erstes und als kleines Pilotprojekt versuchen möchte, Bewegtbild mit reinzuschneiden. Das kann natürlich urheberrechtlich jetzt problematisch sein, aber ich habe technisch jetzt die Möglichkeit, SDR und HDR in Bewegtbild zu vergleichen. Wenn das sich umsetzen lässt, was das Urheberrecht angeht, das werde ich jetzt erst später erfahren, quasi wenn ich das Video schneide und dann hochlade. Wenn sich das umsetzen lässt, werden wir das jetzt hier in diesem Video haben, dass wir Bewegtbild drin haben, wenn YouTube jetzt hier an dieser Stelle keine Probleme mit dem Urheberrecht hat. Sollte es aber urheberrechtliche Probleme geben, dann werdet ihr jetzt hier in diesem Video natürlich keine Bewegtbilder sehen, sondern wir werden weiter mit Standbildern arbeiten müssen. Das jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle. Also wenn ihr Bewegtbild seht, wundert euch nicht, dann habe ich die Technik tatsächlich umsetzen können und YouTube hat es tatsächlich an dieser Stelle akzeptiert. Okay, jetzt aber genug geblubbert. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den ersten Vergleich. Ja, für den ersten Vergleich habe ich jetzt gleich eine Szene aus dem Beginn des Films genommen und das ist auch so eine Szene, welche ganz gut darstellt, auf was wir uns jetzt hier einlassen und was wir jetzt hier präsentiert bekommen von der Bildqualität her. Es ist ja so, dass Herr der Ringe, die Gefährten ja durchaus auch so ein bisschen in der Kritik sind, was die unterschiedlichen Varianten angeht, sei es die DVD-Variante, die Blu-Ray-Varianten, als auch jetzt die neue Ultra-D-Variante, dass viele Fans sich jetzt hier an dieser Stelle schon beschweren. Es gibt unterschiedliche Farbgebungen und so weiter. Ich kann jetzt auf jeden Fall hier an dieser Stelle schon sagen, dass Herr der Ringe, die Gefährten, jetzt auf Ultra-HD-Blu-Ray-Reihen von der Farbdarstellung her genau so aussehen, wie es aussehen sollte. Man sieht ganz deutlich in Hauttinnen und so weiter, dass die Filme jetzt den richtigen Anstrich bekommen haben. Nicht mehr so übersättigt und so weiter. Aber schauen wir uns jetzt den ersten Vergleich an dieser Stelle an. Und wenn wir uns das Ganze so anschauen, kann man jetzt hier, ich weiß es ganz ehrlich, ganz gut und sehr sauber erkennen, wo hier die qualitativen Unterschiede sind. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wo ich jetzt hier am besten anfange. Wir schauen uns die Lichtdarstellung an. Das, was uns jetzt hier in diesem Video am meisten interessiert, in Form von Dolby Vision. Und wenn wir uns jetzt die Sonnenreflektionen anschauen, das Sonnenlicht, was jetzt von, ich meine, ich glaube, das kommt von hinten, also hinter der Kamera, wenn man so möchte. Wenn wir uns das so anschauen, sei es jetzt das Grün links neben Gandalf oder im Vordergrund unten auf dem Boden, das wird ja sehr intensiv von der Sonne angestreit. Und wenn wir das im Vergleich mit der SDR-Variante uns anschauen, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Bild bekommt eine wesentlich bessere Natürlichkeit, eine deutliche Tiefe und Plastizität, was natürlich jetzt hier ein absoluter Augenschmaus ist. Ich persönlich hatte ja die Herr-der-Ringe-Filme noch gar nicht auf Ultra-Dem-Lurel und als ich das mir angeschaut habe von meinem G3, als ich da saß, man muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich ins Staunen gekommen an dieser Stelle, so rein vom Unterschied, da ich ja den direkten Vergleich an der Stelle hatte. Jedenfalls können wir das hier ganz gut erkennen, dass das Dolby Vision hier einen enormen maßgeblichen Schritt nach vorne macht, was die Bildqualität angeht und den Film natürlich wesentlich plastischer und tiefer darstellen lässt. Auch wenn wir uns bei Gandalf oben die Lichtreflektion auf der Mütze uns anschauen, die ist auch viel detailreicher, viel plastischer, viel realistischer dargestellt als jetzt auf der SDR-Variante, wo alles irgendwo einheitlich wirkt, total kontrastlos und leblos. Leblos ist jetzt hier auch an dieser Stelle ein ganz gutes Stichwort. Die ältere Blu-ray-Variante hat ja so ein bisschen das Problem, dass sie ein wenig zu übersättigt wirkt. Das können wir jetzt hier in diesem Vergleich noch nicht so gut sehen. Das können wir vielleicht im Hintergrund sehen bei den Wolken, die jetzt hier auf meinem Foto auf der Dolby Vision Seite ein bisschen untergehen. Das liegt aber ein bisschen an der Kamera. Die hatte ein bisschen Probleme mit dem OLED-Kontrast gehabt. Das ist jetzt im Normal, wenn ich das mit dem Auge sehe, jetzt nicht so ausgebrannt vom Weiß her, sondern da kann man auch die Wolken gut erkennen. Man kann aber auch so von der Farbgebung ganz gut erkennen, dass die Blu-ray-Variante auf NSDR hier eine sehr hohe Sättigung hat, vor allem was die Blautöne und Grautöne angeht. Dadurch wirken die Wolken sehr, sehr intensiv gesättigt, was jetzt auf der Ultra-D-Blu-ray-Variante hier an dieser Stelle nicht mehr der Fall ist. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen im Grün sehen, dass die Farbtöne nicht mehr so intensiv sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen ganz guten Einstieg gehabt, was den Unterschied angeht und dass die Dolby Vision Variante hier schon ganz schön vorliegt. Machen wir weiter mit dem nächsten Bildvergleich. Und hier habe ich jetzt eine Szene gewählt, welche vor allem da interessant ist bezüglich der Lichtleistung, was jetzt dunkle Bildbereiche als auch helle Bildbereiche angeht. Diese Szene ist sehr dunkel. Es gibt ja wie gesagt sehr viele dunkle Szenen bei dem Film Herr der Ringe, die gefährden, was natürlich die durchschnittliche Lichtleistung des Films in der Statistik sehr weit runter schraubt, ungefähr 200 Nits. Aber die einzelnen Lichtspots arbeiten ja hier bei gut 600 bis 700 Nits. Und das sieht man hier an dieser Stelle auch ziemlich eindrucksvoll. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen detaillierter anschauen, da habe ich jetzt ein Foto von dem Feuerwerk geschossen, was hier ganz gut präsentiert, was Kombination aus einer hohen Auflösung mit einem guten Dolby Vision oder einem guten HDR-Master so bewirken kann. Wenn wir uns das Feuerwerk mal in der SDR-Variante so anschauen, kann man hier ganz gut erkennen, dass man jetzt ehrlich gesagt an dieser Stelle der ganzen Sache nicht so ein bisschen, ich sag mal, abkaufen kann, dass das wirklich ein imposantes Feuerwerk ist. Und das ist ja auch das, was bei OLED-TVs ja relativ schnell offensichtlich wird, wenn man einen SDR- bzw. einen HDR-Film schaut und solche Szenen hat mit einem schwarzen Hintergrund und einer Feuerwerksszene oder einer Leuchtquelle direkt im Vordergrund. Und das sieht man hier ganz deutlich, dass man hier ganz gut sehen kann, dass die Bilddetails relativ schwach sind, dass das alles stark untergeht und vor allem total matt wirkt. Wenn wir uns dagegen jetzt die moderne Dolby Vision-Version anschauen, ist das auch hier wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, ich weiß gar nicht, wie ich das genau einordnen soll in Worte. Es sieht einfach phänomenal aus. Es ist wirklich brachial tatsächlich, was Dolby Vision hier tatsächlich aus dem Bild herausholen kann. Und das muss man auch tatsächlich sehen. Der Film wird ja nur 700 Nit hell. Das ist jetzt nicht unbedingt extrem hell, aber es ist tatsächlich in diesen Szenen durchaus gut zu erkennen, dass wir es hier mit einem guten Dolby Vision Master zu tun haben, wo jetzt hier auch wirklich, ich sag mal, Mühe gegeben wurde. Und das sieht man hier in dieser Szene sehr gut, dass man hier diese einzelnen HDR-Lichtdetails, HDR gleich Dolby Vision, also es ist ja ein HDR-Format Dolby Vision. Also wenn ich immer mal HDR sage, nicht wundern. Ich meine natürlich Dolby Vision damit, aber es ist in meinem Kopf natürlich ein HDR-Format. Auf jeden Fall kann man das hier ganz gut erkennen, dass natürlich dann auch so Lichtreflektionen sehr gut dargestellt werden in den Wolken oder in dem Rauch im Hintergrund. Das sieht man hier auch ganz gut an der Stelle, dass das sehr sauber abgebildet wird. Aber wie gesagt, wenn wir uns das Feuerwerk so im Detail anschauen, kann man so einzelne Lichtspots sehen, die sehr gut abgeastuft sind im Vergleich zum Hintergrund. Und ich muss wirklich sagen, ich kann euch das hier in diesem Video gar nicht so projizieren, auch so vermitteln, wie ich das persönlich wahrgenommen habe. Ich saß da und dachte, ja, genau, so muss das aussehen. So muss ein Film in Ultra-AD auf Blu-ray oder beziehungsweise Ultra-AD Blu-ray remastert werden, portiert werden, dass man hier wirklich diesen Effekt bekommt. Ja, Wahnsinn. So habe ich die Filme noch nicht gesehen. Das ist jetzt ein wundervolles Beispiel dafür. Und ich verspreche euch, ich habe gleich noch ein Beispiel, wo ich sage, das sieht mir die Schuhe aus, ganz ehrlich, so von der Qualität her. Jedenfalls ein sehr gutes Paradebeispiel dafür, was Kombination aus Auflösung und Dolby Vision alles bewirken kann, vor allem in kontraststarken Szenen. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich eine Szene habe, welche hier schon ganz deutlich darstellt, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. Und das ist jetzt die nächste Szene, die wir uns anschauen. Und das ist auch so eine Szene, welche hier tatsächlich auch diese Kombination aus Auflösung und Dolby Vision ganz gut präsentiert, was da alles für Möglichkeiten drinstehen. Aber auch tatsächlich hier ganz gut zu erkennen ist, wie die neue Farbdarstellung ist, wie das ganz genau hier dargestellt wird in der Farbdarstellung, dass man hier gut erkennen kann, okay, hier haben sie sich wirklich hingesetzt und Mühe geben und den Look richtig einzufangen. Nicht total übersättigt, nicht so ein einheitlicher Farbton, sondern wirklich eine differenzierte Farbdarstellung, die hier wirklich einen phänomenalen Eindruck macht. Okay, schauen wir uns jetzt die Szene mal ein bisschen im Detail an. Und ich denke, wenn ihr das jetzt hier im direkten Side by Side im Standbild seht, ich hoffe, ich konnte das Bewegtbild einfügen, das wäre mega. Jedenfalls, wenn wir uns das jetzt so anschauen, im direkten Side by Side Vergleich, seht ihr es ja sofort auf den ersten Blick, wie brachial von der Farbdarstellung, von der Kontrastabstufung und der Lichtleistung der Film hier sich darstellt. Ich weiß auch hier ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt mal im mittleren, unteren Bildbereich uns das anschauen, da gibt es so einen kleinen Mauer-Vorsprung. Dieser hier liefert auf der Ultra-Deployer-Variante in Dolby Vision hier eine sehr feine, genaue Farbdarstellung. Das Braun wirkt jetzt tatsächlich deutlich authentischer als in der alten Blu-ray-Variante, welche hier so einen total rötlich-gelblichen Stich die ganze Zeit hatte, was natürlich alles komplett schief dargestellt hat. Jetzt haben wir hier eine sehr differenzierte, genaue Farbdarstellung der einzelnen Elemente des Bildes, was natürlich das Bild wesentlich natürlicher und plastischer und auch glaubwürdiger darstellt. Definitiv. Oder wenn wir uns auf der rechten Seite mal den Busch anschauen oder das Laubwerk an der Stelle, wo wir hier diese Unterschiede zwischen grün und orange-gelb haben, das kann man hier auch ganz gut erkennen, dass auf der SDR-Variante hier im direkten Vergleich das alles relativ untergeht und auch keine Bedeutung hat für das Bild. Aber wenn wir uns das jetzt auf der Dolby Vision-Variante so anschauen, kann man ganz gut erkennen, okay, wir haben diese feinen Unterschiede zwischen dieses grünen Blattwerk und diesem kontrastreichen, hellen, gelblich-orangenen Blattwerk, was natürlich sofort ins Auge fällt, wenn man sich diese Szene jetzt hier mal im Standbild anschaut. Aber auch im Hintergrund, wenn wir uns jetzt die Wasserfälle da so anschauen, durch diese Lichtleistung, hier muss man sagen, da haben sie so ein bisschen getrickst, da kommt so ein bisschen so ein kleiner, ich sag mal, Lens-Flair-Effekt, würde ich jetzt nichts drin sagen, aber so ein Blume-Effekt ist da so ein bisschen drüber. Da muss man sagen, das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man das jetzt schön findet oder nicht. Die alte Blu-ray-Variante hatte das auch, aber in der Dolby Vision-Version sieht man das jetzt noch mal ein bisschen deutlicher, dass das alles so ein bisschen märchenhafter aussehen soll. Jedenfalls kann man hier gut auch erkennen, dass sie hier sehr sauber daran gearbeitet haben, dass man jetzt diese einzelnen Detailstufen richtig gut erkennen kann und das ist vor allem gepaart mit einer guten Lichtleistung. Jedenfalls muss ich sagen, dass diese Szene hier wirklich ein wunderbares Beispiel dafür ist und womit das beste Beispiel, was ich finden konnte, wenn ich diesen ganzen Film mir so anschaue, was hier ganz gut darstellt, wo die qualitativen Unterschiede zwischen der Fuller-De-Blure-Variante in SDR und der modernen Ultra-De-Blure-Variante in Dolby Vision ist und was hier auch die Leistungsfähigkeit darstellt. Definitiv erhaben, wirklich phänomenal und ich kann mich da nur vor niederknien und sagen, richtig gut gemacht, das sieht phänomenal aus. Okay, kommen wir nun zum letzten Vergleich für dieses Video und jetzt habe ich eine Szene rausgesucht, welche mir hier besonders wichtig ist, um euch noch mal darzustellen, wie viel besser die Farbdarstellung ist. Ich meine, wir hatten ja gerade schon eine Szene, die wirklich phänomenal war, aber es geht mir jetzt hier auch noch mal primär um die Hautfarbdarstellung. Etwas, was wir jetzt hier in diesem Video bisher noch nicht so behandelt haben. Zu Beginn des Vergleichs habe ich ja schon erwähnt, dass der neue Anstrich natürlich jetzt hier sehr vorteilhaft ist für die Hautfarbdarstellung und das möchte ich jetzt hier mit diesem Vergleich auf jeden Fall noch mal unterstreichen. Denn wenn wir uns den Vergleich jetzt so anschauen, im Standbild, ich muss ehrlich sagen, man kann es sofort erkennen. Wenn ihr jetzt auf dem Smartphone oder Tablet, zum Beispiel auf dem iPad oder am iPhone schaut, werdet ihr es sofort erkennen oder generell auf dem Smartphone, die eine gute Bildabstimmung haben, kann man das richtig gut erkennen, was ich mit der genauen Hautfarbdarstellung meine, aber generell wird es sehr sauber zu erkennen sein, da die Sättigung einen kompletten Unterschied macht. In der alten SDR-Variante sieht man hier ganz deutlich, dass der Film eine sehr rötlich-gelbliche Darstellung hat, sehr orangefarben wirkt, wodurch natürlich Hauttöne in ihrer Sättigung total übersättigt wirken, total angestrengt. Wenn wir das jetzt in der neuen Dolby Vision-Variante uns auf Ultra-D anschauen, sieht man hier gut, dass die Hauptfarbdarstellung da sagt, vielen Dank für das neue Farbremaster. Ich kann verstehen, dass viele Fans hier sagen, ich finde es fürchterlich, wenn es immer unterschiedliche Farbvarianten von diesem Film gibt und ich weiß gar nicht, wo ich mich dran gewöhnen soll. Ich mag eigentlich diesen einzigartigen Anstrich, den der Film vor einigen Jahren hatte und so weiter. Das kann ich komplett nachvollziehen an dieser Stelle. Ich kenne das selber, dass man da sagt, okay, ich mag den Film eigentlich in dieser Variante, warum musste das jetzt wieder geändert werden? Vollkommen richtig. Jetzt in der Ultra-D-Fassung wurde hier natürlich jetzt das BT 2020 Remaster durchgeführt, das heißt, die Farben wurden komplett neu definiert, was natürlich jetzt hier die Chance eröffnet, zu sagen, okay, wir packen den Film nochmal an, wir gehen das Ganze nochmal richtig an. Und technisch gesehen, muss man jetzt hier fairerweise sagen, sieht die Ultra-D-Fassung farbtechnisch absolut besser aus. Wir haben jetzt hier eine deutlich bessere Farbabstufung, wir bekommen eine genauere Farbdarstellung und den Film quasi viel besser in der Natürlichkeit. kann sein, dass dadurch natürlich der Look, den man gewohnt ist, natürlich zerstört wird, das ist hier an dieser Stelle wohl Fakt, aber wir bekommen ja technisch gesehen hier definitiv die richtig bessere Variante. Das kann man hier in der Hauptfarbdarstellung auf jeden Fall sehr gut erkennen, dass die wesentlich genauer und besser geworden ist. Aber man kann hier auch gut erkennen, dass die Bildtiefe natürlich gewonnen hat durch das Dolby Vision. Nicht wundern, das ist jetzt hier in diesem Vergleich auf der Ultra-D-Seite ein bisschen überbelichtet, das liegt an meiner Kamera, nicht am Film, das ist nicht so stark im Lichtverhältnis, also dass das so stark angestrahlt wird, das ist in Realität nicht so. Da hat meine Kamera hier einfach Probleme mit dem enormen Kontrast gehabt. Trotzdem kann man ganz gut sehen, dass jetzt hier eine bessere Bildtiefe entsteht, wo dadurch das Bild natürlich wesentlich plastischer und natürlicher aussieht. Und ansonsten von der Bildschärfe her kann man auch ganz gut erkennen, dass natürlich das Ultra-D hier wesentlich mehr Details aus dem Bild herausholt und natürlich dementsprechend feinere Auflösung und dementsprechend mehr Details im Bild zu erkennen sind. Auf jeden Fall muss ich ganz deutlich sagen, dass dieser Bildvergleich hier deutlich aufzeigt, dass der neue Farbanstrich den Film richtig gut getan hat, so rein aus der technischen Sicht. Okay, dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für ein Fazit. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn wir uns den Vergleich jetzt hier so anschauen, ist es schon ziemlich offensichtlich, dass ich recht wenig negative Kritik geäußert habe gegenüber der Ultra-D-Blue-Rei-Variante. Und das ist auch einfach die Wahrheit. Einzige, was ich sagen könnte, wäre jetzt hier an der Stelle, dass das Dolby Vision so ein bisschen hinter den Möglichkeiten steht, was noch möglich gewesen wäre. Also gut 1000 oder 1200 Nits wären richtig cool gewesen hier an der Stelle und hätten natürlich noch wesentlich mehr Bildtiefe und Kontrast aus dem Herr-der-Ringe-Film herausholen können. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass der Film in sich ja relativ dunkel ist und wir relativ viele Unterschiede zwischen dunkel und hell haben. Und da ist der Unterschied zwischen 150 und 700 Nits hier maßgeblich und extrem. Also man sieht das schon sehr deutlich. Daher kann man die Entscheidung vielleicht noch durchaus hier sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben es hier mit einem guten Dolby Vision Master zu tun. An sich muss ich wirklich sagen, dass die Ultra-D-Blue-Rei-Variante von Herr der Ringe, die Gefährten, hier wirklich phänomenal ist. Was die Auflösung angeht, was die Farbdarstellung angeht, vor allem das, ist hier so rein technisch gesehen absolut erstklassig, sieht richtig, richtig gut aus und dann gepaart mit einem guten Dolby Vision wirklich phänomenal. Ich freue mich schon riesig darauf, die Filme nochmal zu schauen beziehungsweise dann richtig in Ultra-HD. Aber wenn ihr jetzt hier an dieser Stelle seid und sagt, okay, ihr habt jetzt noch keinen modernen HD-Adobe Vision TV oder noch keinen modernen Ultra-HD TV, ihr habt noch Full-HD TV's und sagt, okay, euch gefällt dieser alte Anstrich nicht, dieser rötlich-gelbliche Anstrich, wäre es hier an dieser Stelle durchaus eine Idee, die neue Blu-Rei-Variante zu kaufen, also die neue Full-HD-Blu-Rei-Variante in SDR. Denn die neue Remaster-Version ist jetzt auch auf der neuen Full-HD-Blu-Rei-Variante verfügbar und dementsprechend bekommt ihr diesen neuen Farbanstrich zwar etwas kleiner, das heißt in einem kleineren Farbraum, aber trotzdem die neue Farbgebung bekommt ihr ja trotzdem auf der Full-HD-Blu-Rei-Variante. Dementsprechend wäre es hier durchaus auch eine Idee wert, wenn ihr sagt, ihr findet die alte Version jetzt nicht so pralle, dass ihr euch auch die neue Full-HD-Blu-Rei-Variante kaufen könnt, das wäre hier an der Stelle durchaus eine Idee und ein definitives Upgrade. Wenn euch die alte Farbdarstellung natürlich nicht gefällt. Ansonsten muss ich wirklich sagen, wenn ihr upgraden wollt, ist die Ultra-HD-Blu-Rei-Variante hier wirklich phänomenal und absolut erstklassig. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr das kostenlose Abonnieren sowie das Aktivieren der Glocke nicht vergessen. Ja, das nächste Mal vergleichen wir jetzt hier auf dem Kanal den Film Titanic. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir da so feststellen werden. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne Blu-Ray-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!